Ist doch scheiße Recycling, oder? Habe ich zu Martin gesagt. Und er meinte bloß, na wenn du's sagst. Ich wollte reden, weil ich nervös war. Und ich war nervös, weil ich wusste, dass wir Metti kennenlernen sollten. Und ich kann irgendwie nicht so gut mit Behinderten. Ist nichts Persönliches. Und ich glaube auch nicht, dass ich behindertenfeindlich bin. Denn ich weiß schon, dass sie ein Recht auf Ausbildung und Fahrerausweise für den Bus und so haben. Ich ekle mich nur ein bisschen vor denen. Weil man immer so tun muss, als wären sie genau wie du und ich, wenn sie es gar nicht sind, oder? Ich meine jetzt nicht behindert, wie bei Leuten, die sagen wir mal nur ein Bein haben. Die sind in Ordnung. Ich meine die, die sie nicht alle haben und schreien und Grimassen schneiden. Wie kann man behaupten, die wären wie du und ich? Okay, ich schreie und schneide Grimassen. Aber wenn, dann weiß ich es. Meistens wenigstens. Aber bei denen muss man mit allem rechnen, oder? Die sind echt nicht auszuhalten. Matti ist allerdings eher still, muss ich fairerweise sagen. Er ist irgendwie so behindert, dass es schon wieder okay ist, wenn ihr mich versteht. Er sitzt bloß da. Aus meiner Perspektive ist das wahrscheinlich besser. Obwohl ich einsehe, dass es aus seiner Perspektive wahrscheinlich nicht so toll ist. Bloß weiß man ja nicht mal, ob er eine Perspektive hat. Und wenn nicht, dann zählt ja wohl meine. Er ist ziemlich groß und sitzt im Rollstuhl. Und er hat lauter Kissen und was weiß ich im Nacken stecken, damit sein Kopf nicht so schief runterhängt. Er guckt einen weder an noch sonst was. Das ist nicht allzu erschreckend. Nach einer Weile vergisst man, dass er da ist. Also kam ich besser damit zurecht, als ich gedacht hatte. Trotzdem, verdammte Scheiße. Arme alte Maureen. Ich sag's euch, mich hättet ihr nicht überreden können, vom Dach zu steigen. Ich sag's euch, mich hättet ihr nicht überreden können, vom Dach zu steigen. Vielen Dank.